Ein Mann teilt sich das Haus mit seiner Frau und der Schwiegermutter und geht auf Zechtour und der haut sich einen rein, ist plunzenplallwach, kommt nach Hause, die Tochter hat sich die ganze Nacht, also die Frau von ihm hat sich die ganze Nacht die Augen ausgeweint, die Schwiegermutter hat sich getröstet und ist die ganze Nacht wachgelegen und die sitzt jetzt am Frühstückstisch, saumiert die Schwiegermutter und schaut ihren Schwiegersohn ganz bitterböse an und der Schwiegersohn schaut ihr völlig angesoffen ins Gesicht und sie schon sagt zu ihrem, das ist ja allerhand, Bua, dass du mir noch ins Gesicht schauen kannst, schaut sich der Bua an und sagt, Schwiegermutter, wir gewöhnen sich an alt.